Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind diese Woche in der Gemeinde Schweitenkirchen und wir haben unter anderem hier diese süßen Schweine kennengelernt. Hier wolltest du jetzt noch Äpfel von mir. Und wir waren auch noch in einem Schießkino, wo mit echter Munition geschossen wird, haben den Künstler dieser Figuren hier getroffen, ich habe versucht einen Hopfenkranz zu binden und dieses Trio hier hat für uns gespielt. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind, immer montags bis freitags um dreiviertel acht. Bis dann. Hier ist noch einer.